Hier wird eine modernisierte ca. 365 m² große Bürofläche zur Miete angeboten. Sie befindet sich in Bochum-Gleisdreieck. Das Haus wurde 1978 erbaut. Das Büro verfügt über Netzwerkverkabelung und Teppichboden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Monatlich beträgt die Miete des Objekts 3000 €. Die Nebenkosten belaufen sich auf monatlich 1200 €. Wir freuen uns, Sie näher zu informieren. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.